Was ist das Erstaunlich, was ein alter Schassler zeigen kann? 1984, bernsteinfarbig, intensiv, Aromen von Mandarinen, Orangenschalen, sehr kräftig, etwas exotische Früchte, aber auch Bienenwachs und Honig. Ein kräftiger Körper und im Abgang ganz erstaunlich diese Kraft, die noch vorhanden ist, diese Frische, die noch vorhanden ist und diese Ausgewogenheit. Ein exzellenter Schassler.